Hallo liebe Freunde der Sonne E. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt eben einen neuen Fahrbahnuntersatz gegönnt. Endlich mal eine Klitsche, die ich mir auch leisten kann. Nun hatte ich die Wahl zwischen dem Porsche Mission E und dem Porsche 911er GT3 Cap. Welches Fahrzeug würdet ihr euch entscheiden? Schreibt doch mal in die Kommentare. Wir werden jetzt noch ein bisschen grübeln hier und euch die Antwort im späteren Verlauf dieses Videos verraten. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Schauen. Bis gleich. Ciao, ciao. Platt nebell derechos. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. 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 Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.